So, ähm, ich weiß nicht, was passiert ist. Es scheint so zu sein, als wäre, ähm, die Deton irgendwie auf die Webcam umgesprungen, was mir aber richtig auf den Sack geht, weil ich extra, extra wirklich im Vorfeld, äh, die Lautstärke nämlich eingestellt hab, vom Headset, weil das nämlich vorher schon so leise war, hab ich mich schon gewohnt und denk so, hä, irgendwas stimmt da nicht? Hab ich das lauter gemacht, hab nochmal am Headset selbst getippt, ne? Und gesehen, okay, jetzt ist jetzt schweinelaut. Ja, super. Hat nichts gebracht, leider. Ja, da ist der Checkpoint, okay. Ja, gut, aber jetzt war jetzt wirklich nicht so viel, weil, äh, was es mit dem Webcam-Sound war. Hier, die beiden, okay. Guck einfach hier hinten rum. Ach, guck mal. So. Was ist los, ja? Bist du blöd, mich zu sehen? Das ist gut. Jetzt doch nicht mehr... Ach, fuck. Die haben aber ohne Trefferquote, ne? Sind nicht mehr feierlich. Bis bald. Alter, sie hat mich drauf noch erwischt. Ihr kleinen Schwanzpriester. Ist ja nicht so, als könnte ich das ständig üben. Cool. Wow. Hehehe. So. Das ist nicht gut. Wo siehst du hin, Junge? Der Superheldin. Wo? Wer, 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 wer? Du nicht, ne? Wir entkommst du nicht. Die ist so dünn, ne? Hehehe. War es le- Irgendwann ich hab ich's aber wirklich schon ein bisschen. Weil es hat sich offensichtlich einfach umgestellt. Ne? Ich mein, sowas macht der Rechter nicht. Ich bin wahrscheinlich wieder selbst blöd gewesen. Hab da irgendwas dann vielleicht doch nicht gedacht. Vielleicht hab ich auch irgendwie aufs Scrollrad gekommen. Oder so, ne? Und hab dann aus Versehen einen anderen Eingang gewählt, bevor ich den Aufnahmeknopf gedrückt hab. Will ich ja alles hier ausschließe. Aber trotzdem, das nervt. Ach, Mann. Ah, egal. Jetzt ist ja, glaub ich, alles wieder gut. Wobei, jetzt wird das sogar schon ein bisschen zu laut vorkommen von der Stimme her. Aber egal. Jaja, triss mich nicht. Das ist einfach nur schlecht. So, da sind zwei. Kann ich nicht so ohne weiteres durchrennen. Hält sich dann währenddessen wenigstens meine, meine Energie da oben auf, oder? Hallo? Pff, oh, oh. Wie weit kommt's nach vorne? Wir müssen auf jeden Fall einen kurzen Weg wählen. Ah, okay. So, was haben wir hier? Was ist genau mit dem Stein in der Mitte? That's not cool. Ah, okay. Wir kommen von hier bis hier nach vorne. Hä? Warum? Wie war, wie war, wo war, wo? Was los, ja? Was sagen? Da stand ich nicht. Du kannst mich gar nicht treffen. Nirgendwo bin ich. Komm schon, Baby. Lad dich auf. Lad dich auf. Lad dich auf. Oh, da ist sie ja. Oh, da ist sie ja. Oh, da ist sie ja. Komm. Geh rum. Mach dich weg hier. Bin ich selbst schuld. Ist okay. Das ist jetzt komplett verstand geraubt, offensichtlich. Bist du nicht? Was? Ey, war nur unsichtbar. Wum, ditte, wum, don, don, don. Oh. Also, ganz ohne Attacke ist ja auch blöd. Wirklich, ne? Ich könnte schön aus der Ferne mit meinem Kraftfeld einfach schön einer oder anderen wumms, wumms, wumms. Das heißt, habt ihr jetzt, glaube ich, auch, wo ist denn die Webcam? Ich guck grad mal. Auf jeden Fall habt ihr wahrscheinlich die ganze Zeit so ein Wuuuuh gehört. Ich hoffe mal, das passt. Ansonsten müsst ihr nachkommentieren. Da liest es halt so. Gibt Schlimmeres. Ja, dumm, 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 dumm. Huch, wie hab ich das denn überlebt? Ist okay. Nimm mich an. Okay. Wieso? Wieso? Ich verstehe es nicht. Ich bin doch unsichtbar. Wie funktioniert das Spiel? Das hasse ich jetzt, wenn ich das nicht raffe, wie die Spiele, äh, funktionieren. Okay, wenn ich mich unsichtbar mache, denke ich, okay, da ist ja letztes gewesen, da schieße ich hin. Bums. Rechne ich noch irgendwie die Ballistik aus von wegen, ja, die läuft ungefähr mit fünfeinhalb Stundenkilometern. Oh, Schwachfug, ey. Ah, weil ich so kack, dass man den ganzen Wix hier immer nochmal machen muss. Und warum machen die sowas nicht einfach 30 Checkpoints rein? Nach jedem, so irgendwie von Raum zu Raum dann. Weil das ist hier wirklich absolut nölig. Nicht nur, nicht nur, dass man jetzt hier halt natürlich nicht so vorankommt, wie man, also wie bei anderen Leveln, sondern auch ganz einfach, weil man auch immer warten muss, bis diese Scheißfähigkeit wieder aufgeladen ist. Ich werde mal ein richtig geiler Mecker-Oper, glaube ich. Da, warum? 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 Ich war unsichtbar. Ich sah irgendwo einen Bewegungssensor oder sowas. Das ist, das ist einfach getriggert. Das ist richtig dumm getriggert. Deswegen so, wenn du diese Linie übertrittst, dann sehe ich dich. Ja, ja. Auch wenn du unsichtbar bist. So schlecht. Echt. Ich will das Leben nicht mehr spielen. Ich bin froh, dass wir nicht so oft mit ihr gespielt haben. Ernsthaft. Warum? Warum? Weil sie die Büsche bewegen? Oder was? Wie sehen die das? Oder bin ich so laut? Ob ich die Motoren an den Schuhen oder sowas. Wollen wir mal, wann bewegen die sich? Das ist halt echt ein Problem. Hebe mir den Arsch. Mach dich unnichtbar! Heilige Scheiße. Ja! 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 Stimmt, eine Sache hatte ich mich vorhin vergessen zu erwähnen, als ich die Story von dem Film heute wiedergegeben habe. Und zwar haben wir ja auch hier im Spiel gesehen, dass eine Rakete abgeschossen worden ist. Also so ein Space Shuttle. Und das hat nämlich auch der Syndrom gemacht, der übrigens der beste oder der größte Fan von Mr. Incredible früher als Kind war. Der hat die übrigens abgeschossen, nämlich mit so einer Spinnendrohne drin, dass er dann die ganzen Städte verwüsten kann und sowas. Incredikugel! Kugel! Was? Das ist aber keine Kugel, die wir da sehen. Oder heißen die Spinnviecher so? Ich weiß das, Janusz. Ich weiß, dass du hier bist, Fräulein Unsichtbar. Keine Sorge, ich werde dich schon finden. Da bist du ja. Hey! Lass meine Schwester in Ruhe! Wow, wie machst du das? Keine Ahnung! Ist dir auch egal, mach weiter! Ach du Scheiße! Okay. Wie, 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 wie mache ich hier was? Okay. Alles klar. Aber warum? Ihr habt gesehen, in der Sequenz konnten wir zum einen schießen und okay, hier ist noch zu. Äh, wir konnten schießen und hier, guck mal, das ist so ein lustiges Kraftfeld machen. Warum konnte ich das gerade nämlich so? Das ist uncool. Was ich aber ziemlich clever von dem Soldatenpfand war halt die Sache mit dem Sand, ne? Oh, erst mal drauf kommen. Ach, okay, die Kugel kann kaputt gehen. Gut, ich muss also doch leider darauf achten. Hab ich hier irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas zu tun? Außer mich zu rollen. Ich hab mich sehr auf jeden Fall ein Zorn des Cortex an den Level, ne? Holy fuck. Was ist das? What is that? Okay, sind wir nur ein Truppentransporter gewesen? Wie heißt das denn? Ah, Luftschiff hat sich schön selbstverstört. Selbstverstümmelt. Da, 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 da. Wo bist du weg? Nein. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hab hier auf jeden Fall alles im Griff, ne? Aber die, die Laserschüsse, die hören sich so ein bisschen wie von einem Star Wars auch an, ne? Ja, war. Okay, da ist Energie. Das ist schon mal gut zu wissen. Da ist Rayman wieder am Start. Tanzt du Rayman mit mir? Was ist das? Oh, komm. Wo ist die Sonne? Ich hab die Spawn wahrscheinlich endlos. Als Missy Soldaten. Warum, warum kann ich jetzt nicht bußen? und das ergibt gar keinen Sinn, ne? Ich treff's nicht. Ohne Scheiß. Ich treff's. So verreckt mich. Ja, lang genug. Oh ne, du hast doch schon ein bisschen Energie verloren. Gut, gut, gut. Die klären mir ja sonst jeden Scheiß. Wenn es jetzt irgendwo nur eine Funktion gibt, Gas zu geben, dann werde ich wahnsinnig, wenn die mir das nicht gesagt haben. Ah, okay, alles klar. Man muss, man braucht wirklich einfach nur richtig viel Anlauf. Dann geht das. Das ist von der Habtik aber wirklich so ein bisschen komisch, ne, wenn man jetzt nicht so den, den, den Boost-Knopf hat. Da wumms. Halt die Klappe voll. Richtig. So. Raums. Tada. Tada. So, ich könnte mir, glaube ich, noch mal kurz eben mal hier so ein Stück Energie schnappen. Hui. Dann machen wir jetzt weiter. Oh, shit. Stirb, stirb, stirb. Danke. Bum, bum, bum. Gut, toll. Aaaaai. Weg da, danke. Wie funktionierst du? Okay, der macht zweimal. So, hau ab. Und ich tue dich auch noch, vielleicht gibt's mir Energie her. Aha, ich treffe ihn nicht. So, geht doch. Oh no. Höh. Was ist jetzt los? Okay. Habe ich auf jeden Fall verstanden. Da guck, ich komme da schon nicht durch, bevor der Strom da ist. Das ist uncool. Du brauchst gar nichts. Du brauchst Talent. So, hat funktioniert. Schaden kann ich nicht kaputt machen. Okay. Das heißt, gibt's jetzt hier wieder irgendwo Strom, genera- Toren. So. Uh. Viel Energie seit wirklich nicht mehr. Ja, das habe ich, das habe ich ja auch gerade. Ich kann die einfach so wegballern. Okay. Gut, weil ich habe gerade nur gedacht. Wohin jetzt? Eieiei, okay. Oh, ja, ja. Energie, 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 Energie. Die brauche ich sehr. Alles klar, okay. Komme ich an den einfach heran? Nee, auch das nicht. Oh, gut. Oder? Ah, wobei. Moment. Äh, der hat ja super funktioniert. Auf ein neues. Hallo. Sieg. So. Ey, der kommt mir doch hoch. Willst du mich verarschen? Nee, ich glaube, der kommt mir doch nicht hoch. Das geht einfach nicht. Muss ich mit leben. Muss ich auch so akzeptieren. Okay. Und, kaboos. Achso. Ah, okay. Hat doch funktioniert. Ah. Schau mal einen an. Dann gibt es ja immer mehr von den Generatoren. Oh mein Gott, okay. Ja, gut. Die sind das geringste Problem. Dreifach Super Security Anlage. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Kann ich euch das nicht mehr kaputt machen? Oder war das hier los? Schießt euch gegenseitig. Das wäre auch ganz nett. Mann. Wieso hast du dich getroffen? Yes. Nummer eins. Okay. Vier Stück gibt es offensichtlich. Darf ich im Kreis fahren? Ja, ich darf im Kreis fahren. Das ist sehr gut. Hui. Ja. Nummer zwei. Hervorragend. Du brauchst gar nichts. Außer, natürlich, Talent. Ach, fuck. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Tun wir es nochmal. Hervorragend. Drehs. Und der vierte. Steht da schon. Fuck. Ja, das war so klar. Nee, ich grübe den Ruki. Nein. Ich möchte jetzt nicht sterben. Ich bin so kurz vorm Ziel. Obacht. Also vor dem Ziel des... ...Barrierezerstörends. Alter, das ist doch nicht wahr. Gehen wir doch nicht auf den Sack. Okay, ich fahre jetzt nochmal eine komplette Runde. Einfach, damit ich auf jeden Fall genug anlaufen habe. Du musst jetzt für mich auf Ende aufpassen. So. Leck mich an. Hier lang. Halt. Auf. Oh ja. Oh ja.